Hallo. Wer ist denn da? Sascha? Hallo? Ich bin ein Abonnent von euch. Hä, wo ist Sascha hin? Wer ist denn da? Kevin Weiss, ein Abonnent von euch allen. Äh, aber, wie kannst du in die Kompfi reinkommen? Keine Ahnung, ihr habt mich angerufen. Ne, also, ich bin gerade alleine hier. Also, ich war eben noch mit einem Kollegen hier. Wir sind hier gerade am MW-MW-Dingsbums-Zwei-Zocken. Da waren wir weiter weg und du bist da. Ja. Also, hier, Chris und Kevin sind gerade weggemachten Essenspause. Wie kommst du denn hier rein? Keine Ahnung. Ich hab halt... Irgendwie Hacker oder sowas? Ne. Also, ist schon irgendwie... Wie viele Leute haben die nochmal eingeladen? Ich glaube, die haben irgendwie 100 gesagt oder sowas. Machen 100 Leuten die Hoffnung und dann laden die im Grunde kaum welche ein. schon irgendwie scheiße. Ach, warum ist Sascha jetzt weg? Und wie kommt ein Vieh zur Hölle? Kann ich dich kicken? Keine Ahnung, ich wurde gerade Palmers eingeladen. Da steht auch noch, Ahrensburg und Sascha. Hä? Hä? Komisch. Nimm Palmers noch NDSV auf. Ne, wir machen gerade Pause und ich soll dann in der nächsten Folge mitmachen. Äh, darum zocke ich mich gerade mit einem Kollegen halt ein bisschen ein. Geht's dir gut? Äh. Das... Kevin! Oh, dann Noob-Tuben sie. Oh, ich komm noch auf nicht klar. Ich komm noch auf nicht klar. Hallo Kevin. Hallo Kevin. Servus. Hahaha, wir haben die ganze Zeit alles, wir haben die ganze Zeit mit gehört. Juck du. Oh Junge, Alter Kevin, lass uns doch das Geräusch. Oh, das war eine andere Art zu atmen. Ist menschlich, ne? Ja. So, jetzt wird's natürlich ein bisschen, jetzt wird's natürlich ein bisschen schwer. Pass auf, Kevin, 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 Kevin Jung. Also, pass auf, Weiß. Ja. Kevin, also dich, denn ich hab jetzt nur die ganze Folge Weiß. Okay? Ja, klar. Und den anderen Schwarz. Genau, genau, ich hab's ja gesagt. Und zusammen ergibt ihr Schwarz-Weiß. Ying und Yang. Ying und Yang, genau, Ying und Yang, genau. In dem Dumm steckt auch was Schlaues und in dem Schlauen steckt auch was Dummes. Jetzt ist nur die Frage, wer sehr schlau und wer sehr dummer? Äh, das ist... Das ist gleich zu beantworten, ne? Hahaha. So, also, so Weiß. Ja? Stell dich mal vor. Ja. Ich bin Abonnent von euch allen drei. Achso, also, also kennst du auch, also kennst du auch, äh, hier Dingerns. Sascha. Ah nix, Kevin. Ja, Sascha auch. Sascha auch. Sascha erkennt dich. Sascha erkennt dich. Sascha erkennt dich. Aber du ihn nicht. Ja, das ist verbrechend. Verbrechend. Und, äh, äh... Und du, äh... Socks Call of Duty. Ja. Okay, ähm... Darfst du das schon? Naja, schon. Wieso nicht? Jeder im... Alter spielt schon. Oh. Oh, okay. Also Volkssport. Also rein von der USK her. Ja. Ja, komm, das beobachtet schon keiner mehr. Ja, okay, äh, okay, okay. Das ist natürlich eine einfache, äh... Achso, weißt du was zu sagen. Wie alt bist du denn? 14. 14, okay. Und, äh, du spielst gerne brutale Spiele. Es hat mit Farquay angefangen und hört jetzt... Äh, äh, so... Hörst du Call of Duty schon wieder auf. Naja. Also das heißt, du fängst mit einem guten Spiel an und... und beendest... und beendest das Ganze mit der... mit... 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 mit einer Art Krebstumor. So kann man's sagen, ja. Okay, okay. Kann ich das Schreien unterdrücken? Ich könnte schon wieder... Ich könnte auch! Ich wär die ganze Zeit weggetubed, alter! Ja, die nur Tuber! Äh, das ist doch... Das ist ein richtiges Assi-Game. Erste Runde? Parasiten. Darf ich raten, MW2. Richtig! Guck mal! Ein Kenner! Ein Kenner! Also hast du auch gespielt, die Kacke, ja? Naja. Einen halben Monat... und uns sofort in die Ecke geschmissen. Nix mehr. Sehr fein. Und, äh, hast du auch... gesniped? Oder was... was... was hast du gemacht? Kannst du mal gespielt? Durchgewatcht? Nie geniwtubed? Ey, guck mal, ey! Wahnsinn! Wahnsinn! Es gibt noch... normale Leute. Ja. Ich weiß, YouTuber, Hacker... Das ist nicht mehr normal. Ne, man kann's einfach mal so sagen, weil vor allen Dingen deine Altersgruppe, sag ich jetzt einfach mal, das sind halt meistens halt die, ne? Die immer hier so... ÖH, ALTER, ey! Warte, ich muss meine Stimme mal kurz verstellen... Quickscope! Yeah! So, weißt du? Ich vermute mal, das kommt auch durch das ganze... ganze Face-Clan-Sachen. Optik! Motherfucking! Keine Ahnung! Die haben mit dem Scheiß angefangen. Meinste Männchen-Clan, alles. Oh, Junge, ey, ich krieg hier nicht... Oh, Junge! Oh, Junge! Oh, der Junge, der ist so geil, ey! Chillt mal, euren Kitzler, Mann! Der sagt das mal dem Kevin! Äh, dem Schwarz, meine ich! Der kann ich einfach... Weiß nicht. Ey, wo sind die alle? Ey, eben nur... Hier sieht man nur die weißen Striche, immer. Von den Drecks. Flaumen, die auch durch die Map fliegen. Ja, ich wollte auch nur ein Wecke-Tubes jetzt. Und noch von keiner einer normalen Waffe weggehauen. Ich auch nicht, ich auch nicht! Ich pass mich jetzt einfach mal an! Woher kommst... Woher kommst du, Weiß? Was? Aus Bayern. Bayern-Fan? Bayern-Fan? Ja, klar. Töte die alle! Der fünfte in Folge, der Hammer. Alles so der Hammer. Ey, Bayern aus Bayern ist Meister. Ja! Wow, was für eine Überraschung. Oh, wie war's? Letzten zwei Jahre? Wow! Wow! Dort wohnt. Oh, oh! Ey, aber man muss sagen, das Spiel gegen Augsburg, heute, das war von Augsburg nicht schlecht. In der Halbzeit geführt. Ja, 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 aber ich meine, 4-2 Endergebnis, die zweite Halbzeit am Ende dann, da waren wir ganz klar besser. Naja. Ich meine, beide, beide Mannschaften nach überragender Saison gespielt, kann man dies mal nicht sagen, aber Bayern, das war natürlich echt krass diese Saison. Ich würde auch, dass, wie gesagt, ich hab's das schon in den Videos öfters erwähnt, ich bin jetzt ja kein Fan von Augsburg-Bundesliga-Mannschaft. Ich guck's zwar, so die Top-Spieler, aber bin jetzt nicht wirklich ein Fan von Augsburg-Mannschaft und hab, da bin ich auf dem Laufenden, sag mal so, ja. Was auch die Transfers angeht, da hab ich eigentlich keinen Platz. Mich würde das mal interessieren, dass ihr rückt von Neymar zu Bayern. Ne, niemals. Na, glaub ich auch nicht. Kommst du aus München? Ne. Zu teuer, oder? Hä? Zu teuer, oder? Teuerste Wohnung in Deutschland. Woher kommst du denn? Aus Ehingen am Hesselberg. Oh, das kenn ich, das ist Weltstadt, Metropole. Ja. Aus Stadt Ehingen. Das ist natürlich schon, das ist natürlich ne Weltmetropole. Und ist da auch so, ist da auch so euer Hobby so Q-Umschubsen und sowas? Ne. Das ist auch so mit Lederhosen rum. Und Hosenträgern. Ich, ich hab' meine Jogginghosen. Ja, das ist, das ist normal, das so läuft. Auf die Marke, oder so? Ganz normal. Adidas. 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 Also, ich hab' ja Assi-Style auch, ja. So, ich hab' ja oft Jogginghosen rum. Ah, ich lauf' nur Jogginghosen rum, Alter. Von Dangerous zum Beispiel, Hopper Mocha halt. Ich hab' eine von Nieke an. Nieke. Nieke. Puma. Elrimer. Ich will so früher in meiner Jugend, der sinnlosestes Spruch war, Adidas macht tosenass. Hehehehe. So was für nur das. So was für nur das. Oh mein Gott. Hehehe. Übrigens ist die Lobby mit Abstand die beschissenste, die seit langem, in Call of Duty hatte. Ja, das ist... Wehe, 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 wehe. Ich zerstörte deine gesamte Familie. Ich war ein vorm Heli. Und ich hab... Finde ich unglaublich das Spiel. Ey, eigentlich ein vorm Harrier war ich. Ich... Mann, Alex, hau ab von mir. Ich bin ja alles gestornt. Ich bin totgerissen. Das ist der absolute Kracher hier, ey. Mann, das Spiel war mal so geil. Das ist aber auch die Map, muss ich sagen. Das ist... Ne, gerade die Map ist ja eigentlich auch gut. Ja, aber die wurde... Wasteland. Das ist eigentlich ne Map, wo immer ich snipet und der Tube wird. Das ist immer so. Wenn du zum Beispiel Sky-Draw spielen würdest, wer soll da bitte snipen? Das ist einfach... Die sind Gange rein. Ja, das machen wir aber ja weniger. Wollte ich mal schätzen. Also auf alle Fälle weniger als in... Das kann doch nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Nö, ich lass mich einfach hinrichten, Alter, hier. Keine Ahnung. Oh, ich knall mit drauf. Du bist mir doch Farmers. Wird zwar eh nicht viel bringen, aber... Das hab ich nicht. Ah, RPD hab ich noch. Ratatakan. Weg mit dir! Ja. So welche wären noch belohnt, Alter. Tuben, snipen und mit nem Chopper gar noch rum. Aber! Hier gibt's keinen Lackausgleich. Ja. Schön. Ich mein, etwas Positives an dem Spiel. Ne, so wie bei Black Ops. Das ist ja nicht... Das ist ja die Community jetzt in diesem Falle. Ja. Richtig aufmaurig. Ja gut, äh, Weiß! Ich... Okay, nennen wir... Nennen wir dich einfach... Mr. White. Whitey! Whitey! Whitey, du kennst. Whitey! Mr. Whitey! Mr. Whitey! Jo. Du hast ja jetzt den Spitznam bekommen, aber jetzt ist auch schon leider zu Ende. Whitey? Ja. Du bist Blacky! Ich bin Blacky, ja. Und Alex ist... Ich krieg wieder ein Köterne an. Ja, mehr bist du auch nicht wert. So, pass auf! Auch an dich, Whitey! Ich weiß nicht, wenn ich dich sehe. Auch an dich, Whitey! Möchtest du jemanden grüßen? Ja, meine Familie, Freunde, ganz besonders dich, euch allen drei. Wen genau seine Familie? Ja, Bruder, Eltern. Wen genau von den Eltern? Mama, Papa. Bombe! Also muss ich hier... Wollen deine Großeltern auch NDS? Was? Gucken... Natürlich. Nein, nein, darum geht's nicht. Pass auf! So wie er auf die Pornos gestoßen ist, können seine Eltern ja auch auf dieses Video stoßen. Die gucken bestimmt doch immer Livestreams von Elotrick. Ja, genau. Mach mal hierfür Wechselstimmen. Ja. Okay, Whitey! Mr. Whitey! 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 Warst ein cooler Teilnehmer. Ja! Warst mal wieder... Warst mal wieder Barty, aber... Naja, was willst du machen? Hat echt Spaß gemacht mit euch. Auch wenn ihr jetzt so viel mit geredet habt. Ja doch, hast du ja. Du hast deine armen Stimme schon fast geschadet, weil du gerade so viel geredet hast. Ja. Ich sag mal, wir machen das ja mal so, wir zocken eine Runde, wo man einen Abonnenten einlagt und dann zockt man wo doch eine Runde ohne und eine Runde geht ja nun mal nicht so lang. Gerade Team Deathmatch und da kann man ja nicht so viel erzählen. Na gut, wie gesagt, also wir haben schon gehört, jetzt Spaß gemacht und ich wünsch' euch noch einen schönen Abend. Ja, euch auch. Tschö! Servus! Er hat Servus gesagt, das reicht mir, tschüss. Servus! Servus, meine Freunde! Wir haben schon wieder die Tüber als Gegner. Guck mal, wir haben jetzt eigentlich hier zwei von der schlimmsten Sorten in der Konfi gehabt. Die beiden sind Kevin, der eine redet bayerisch, der andere sächsisch. Sächsisch, Ostdeutsch, bitte. Sachsen ist ein anderes Gebiet! Ich wohne im Elite-Bundesland. Sachsen-Anhalt. Genauso... Das ist okay, ich hab auch nichts zu hören. Flähefälle. Ich seh' hier auch mal irgendeinen Spasti auf der Straße und nicht immer in den Häuser. Ja, der war auch im Haus. Das ist doch nicht mal normal. Hab den Arsch gerettet. Nee, hast du eben nicht. Na klar. Hast du nicht! Hab ich! Guck noch in Killfeed! Jetzt sind wir weg, du! Schlund, Alter! Nee. Wie viel IQ habt ihr schon verloren? Zu viel. Wir haben uns alles rausgeschrien. Aufgrund... Aber aufgrund davon, dass Kevin nie einen besitzt hatte, konnte er dir noch nichts rausballern! Nachher. Doch. Kevin ist ein schlauer Mensch. Ist ein Ostdeutschen zumindest. Du sagst mir irgendein Gebiet, wo ich dich in den Schatten stellen soll und wir machen's. Wie meinst du? Wieviel Gebiet? Ich weiß nicht. Du sagst, ich hab kein IQ. Wir können Stadt, Land, Fluss spielen. Okay, okay, okay! Stadt, Land, Fluss! Stadt, Land, Fluss! Okay! Warte, warte, warte! Stopp! Was machen wir? Stadt, Land, Fluss, Tier, Name, Beruf, Pflanze! Mit Fluss? Klor, Fluss! Okay, also Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf! Pflanze! Nutte! 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 Kennst du genug Noten? Hä, hat doch gerade Alex gesagt? Nutte! Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf! Und dann kam Alex! Nutte! Kannst du mal ernsthaft anfangen! Also, pass auf! Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf! Die sechs! Pflanze noch! Warum in Pflanze?! Das dazugehört! Ey! Der Garten oder was? Im Osten heißt die Variante wahrscheinlich Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf, Mauer, Alter! Nein! Das ist doch Mauer! Dann jedes... Jedes Mauerteil hat ja so einen Namen, Alter! Eine Kennzahlung XY2! Alter, krass! Ja, dann machen wir halt ohne Pflanze! Okay! Ich muss einen Buchstaben vorsagen und ihr müsst alle Sachen dazu geben, oder? Du bist nicht... Du machst nicht mit! Also, Kevin, hör zu! A! Ne, ich muss doch den Buchstaben sagen und ihr müsst mir darauf Antworten geben! Oder? Ja, dann hau raus! Ey, ich hab schon längst A gesagt und ich bin schon wieder einmal durch! Z! Wie? Ey, warte, hä? Z! Kevin, pass auf! Hör mal nicht auf Alex! Ja, dann mach jetzt nochmal! A! Stopp! G! Ah, so! Stadt, Gera! Ganz Georg, Fluss, Gera! Günzburg, Griechenland! Tio, Giraffe! Beruf, Gerdner! Äh, Entschuldigung! Name, Gerd! So, bin fertig! Was hast du denn bei Fluss gehabt? Gera! Gibt's als Stadt und als Fluss! Siehst mal, wie unwissend du bist! So, erste Buchstabe, ich hab hier, wir waren bei G! Was? Okay! Äh, nenn mir die Hauptstadt von Kanada! Was hat das damit zu tun? Jetzt sind wir im geografischen Bereich! Nee! Warum musst du nur antworten und nicht er? Ey, warum, warum, nee, warum muss Kevin nur antworten und du nicht? Wieso nur? Wieso ist das die erste Frage? Darf er mir eine stellen? Hauptstadt von Kanada, weil... Weiß ich nicht! Hab ich bestimmt schon mal gehört, aber weiß ich nicht! Ottawa! Okay! Klingt wie ne Stadt in Hongkong! Ja, in... Ottawa! Ne Stadt in Hongkong! Oh Gott! In Japan! Nein, nicht natürlich! Ey, ich hab 1 zu 5! Ich komm auf ME2 nicht klar! So, jetzt bin ich dran! Was heißt? Umgangssprachlich! Ja! Was bedeutet umgangssprachlich? Desoxyribonukleinsäure! Das muss man nicht wissen! Doch! Kennt jeder! Kennt jeder Mensch! Kennen sie ja... Sprechen sie ja... Zehnjährige schon! Wüssten das! Sperma! Swank! Nein! YOLO! DNS! Ganz einfach! So, jetzt stellt Alex Fragen und wir müssen sie beantworten, weil es bringt ja nichts, wenn wir den anderen Fragen stellen, die wir selbst wissen! Ey, das ist so scheiße, Alter! Das Jahr wurde der HSV gegründet! Das juckt doch kein Menschen! Was ist das Gründungsjahr des HSV? 98 oder so! Stimmt das? Dein Tipp? 97! Ja, was 97? 1997? 1897! 1897! Ich meine nicht! Nein, 1887! Das ist im Gründungsjahr der ältesten der drei Vereine, aus dem der HSV zum Schluss entstanden ist! Ich werde wahrscheinlich einen HSV! Aber bitte allgemein wissen! Und nicht über sonst was! In welchem Jahr erschien das erste Call of Duty? 2001! Das weiß ja sogar noch nicht mal ich! Was? Willst du mich rollen? Was? Ich hab' die alten Teile nie wirklich gezockt! Ich hab' die alten Teile nie wirklich gezockt! Ich hab' das erste war das Klassikste! Ach! Call of Duty! Sie ist nur! War doch nur ganz normal Call of Duty! Call of Duty hieß das nur! Und dann die erste Erweiterung dafür war United Offensive! Und damit bin ich angefangen, als war 2001, da kam das raus! Ich hab' ja erst mit, äh, wirklich vier aus der allerersten gewesen! Und davor die Teile hab' ich mich auch nicht drum geschert! Ey, ich komm' auf die Spiegel, vor allem ohne Headset, dann wenn man noch über so Themen redet, ey, du kannst dich gar nicht aufs Tocken konzentrieren! Naja, das ist schwierig! Und dazu noch deine niedrige Skill! Na! Was? Somit noch niedriger wird! Aber nun ja, nächste Frage, Alex! Gute Frage! Was kann denn noch so fragen? Gute Frage! Ich will ja für Stadt den Fluss weitermachen! Oh, naja! Ey! Das sind... Warum spielen so viele komische Vollidioten dieses Spiel? Ist das irgendwie... Haben die im Kindergarten so Stationen für Call of Beauty's Sachen oder was? Ja! Ney! Trifft man den Richtigen? Der liegt nur rum! Wo ist denn da hin, hier der Typ? Da! Oh, so der Doppelkill! Wo kam der her? Aus dem Gras geschissen! Pilze gesucht! Alter, wo die rum... Ey, das ist... Ich hab schon wirklich lange kein MP2 mehr gespielt! Das letzte war, glaube ich, über einen Monat für FFA-Friday eine Runde, aber... Ey! Das hat sich ja so krass noch negativer entwickelt! Das ist ja... Der Hammer! Muss ich erst mal sagen! Ey, ich... Ich hab keinen Bock mehr auf Call of Duty! Das ist alles... Ich... Ich weiß auch, ob ich die letzten zwei... Ungelogen die letzten zwei Monate einmal gespielt habe und das war da, wo Alex hier war! Die haben aber auch nicht wirklich lange gezockt! Ein Match? Ey, das ist... Man sieht... Man sieht die teilweise gar nicht! Man stirbt einfach nur noch... Von irgendwelchen Camper-Pfetzen! Das ist... Grauenhaft, ey! Ohne Witz! Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt sage, aber ich freu mich auf Battlefield 4! Ja! Ich freu mich auf den Battlefield-Teil! Das war schon immer Tabu gewesen für mich, aber... Ich scheiß auf Call of Duty! Ey! Wahrscheinlich... Ich freu mich auf... Karl M7! Ab in die Hölle! Sofort! Sofort! Kein Abendessen! Ich freu mich nur auf ein... Nur... Und noch Thermal-Vision! Ich freu mich nur auf... Maul halten! Ich freu mich nur auf... Halt du die Schnauze, Alter! Hacke ich bei dir oder was? Dadurch verbietet mir ein Köter aus dem Maul, ey! Ich sag dir schon mal... Wenn der Kuchen redet, hält der Krümmel in die Fresse! Wissen schon Maschinen kommen? Keine Ersatzteile! Oh, ey! Die Leine, Junge! Ja! Das ist ja vielleicht ihr Fall! Auch ohne Witz! Kommt du zur Gamescom! Kommt kurz nach Hause, ey! Ich ramm dir ein Loch im Brustkorb, dass die Eulen brüten können, Junge! Noch ne Frage! Wie oft ist der FC Bayern München bisher, seitdem es die Deutsche Bundesliga gibt, Deutscher Meister geworden? 23 war, glaub ich! Kevin? 21! Nee! 23 war richtig! Wenn ich Snipe krieg, Hitmarker! Yeah! Die legen überall rum! Der hockt nur in den Häuser, das ist doch nicht normal! Es macht einfach keinen Spaß! Grüße, ich korrigiere dich! Es ist mittlerweile normal! Guck mal, alles war mean! Das kann doch nicht sein! Die hocken da so dritt drin! Das ist der Hammer! Ey, da findet man teilweise auch keine Worte mehr! Das ist... Da sind wir genau wieder bei dem Punkt! Da sind wir genau bei dem Punkt, wo wir in der dritten Folge drüber geredet hatten, dass man alles vergessen kann, seit... Ey! Seit... Ich weiß auch nicht, meine... Ich weiß auch nicht, meine... Wir haben hier noch ne gute KD bekommen dafür! Bis rumhocken! Ja, die werden immer belohnt! Die ganze Zeit geht das hier so! Die hocken unter irgendwelche Mauern, wo man nur ihre scheiß Zipfel mitmachen kann! Die ganze Zeit... Die ganze Zeit... Die ganze Zeit... Hot Scope... Dann noch am besten mit Thermal... Ey, das... Und hier und der Way... Die nächste Sniper-Map! Vor Pissen! Naja, wir sind jetzt eh durch mit der Folge! Es war einfach wieder ein... Krampf! Also ich darf jetzt aus MW2 rausgehen! Du darfst... Du darfst dich verbannen! Selber! Oh, vielen Dank! Ja, Alex! Denk mal, das war... Das letzte Video hier auf meinem Kanal! Ich meine, wir sehen uns noch mal wieder! Ja... Möchtest du jemanden grüßen? Ich grüße alle Leute, die mich kennen! Mama! Und alle Leute aus dem HSV-Blog 25a! Und Mama! Die kennt mich doch! Oder Leute, die mich kennen! Ich grüße die doch! Grüße meine Mama! Oh... Ist er nicht nett? Und ich grüße den... 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 den Chris... und... den Kevin nicht! Der ist blöd! Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns! Und grüße den Nächsten, den ihr einladet! Von mir! Machen wir! Machen wir! Okay! Ciao! Ciao! Tschüss! Winke, winke! Tavi, Trost! Oh Gott! Ich komm doch auch nicht klar! 10 Abonnent! Gott! Wir sind doch nicht normal! Du töd ist!